hallo leute und willkommen hier bei me upper cat und zu einem kurzen wirklich ich halte mich heute mal kurz kurzen update video zu ios 13 und zwar für die version ios 13.3 beta 3 ja die wurde vor ich glaube zwei tagen oder einem tag veröffentlicht ich weiß gar nicht mehr wann ich das update gemacht habe ich bin ein bisschen spät dran freunde kann dafür aber gleich auch profunde ergebnisse abliefern die ziemlich ausfallen von den sachen die ich erzählen kann also wir schauen mal kurz drüber es war wieder ein kleines update 129,6 megabyte bei mir hat es wieder speicher freigeräumt von 100,85 gigabyte zu 101,37 also soweit ganz nett aber was steckt jetzt drin in ios 13.3 und ich kann euch sagen wirklich nicht viel freunde es gibt so ein paar sachen die sind mir aufgefallen eins davon ist zum beispiel die geschwindigkeit also ich habe das gefühl das ist ja immer so ein bisschen subjektiv aber gerade hier wenn ich den app switcher aufmache der geht ja jetzt hier dermaßen flott und flüssig auf und auch wenn ich hier hin und her es swipe oder auch dann mal hier eine app schließe oder sowas das geht alles echt echt flott von der hand oder kommt mir einfach noch ein bisschen fixer vor als vorhin so aber was ich definitiv sagen kann ihr könnt euch an das ram management problem erinnern dass im hintergrund so massiv die apps hinten gekillt wurden auch immer nur zwei drei apps mal zwischendrin hat und die waren nicht besonders groß das problem ist hier behoben worden also ich konnte auf jeden fall nicht mehr replizieren wenn ich hier hin und her geswitcht habe zwischen den apps und da musste nichts mehr neu laden also das haben sie hoffentlich wie es aussieht endlich in den griff bekommen war auch mega mega nervig ebenfalls ein kleines problemchen ihr habt vielleicht gesehen hier das glitschen wenn man hier diese diesen airpods screen hoch fährt wenn man hier also das airpods case öffnet und dann kommt ja immer hier dieser benachrichtigungsbildschirm hoch da hatte ich ja mal so komische glitches gehabt nicht nur unter den betas sondern auch bei ios 13.2.3 ganz regulär war das die richtige nummer ich komme echt durcheinander aber den konnte ich hier nicht mehr replizieren ich habe hier wirklich mit den wolf geklappt und habe gedacht kommt irgendwo noch mal der glitsch wo ja alles so merkwürdig dann durch die gegend springt hier bei den anzeigen aber nö sieht aus als wäre auch dieser kleine optisch unschöne fehler hiermit behoben worden so dann habe ich natürlich noch mal den geekbench laufen lassen freunde und der ist ja gut und nicht gut zugleich würde ich mal sagen das hier sind die werte 3.324 im single core also wenn nur ein kern arbeitet für die leichten aufgaben und 6048 punkte im multi core das heißt wenn richtig gefordert wird und alle prozessor kerne laufen hier auf hochtouren also das sind die werte und wir vergleichen das mal mit den vorgängerversionen wir sehen bei der beta 2 hatten wir 3525 und jetzt nur noch 3324 also 200 punkte verloren im single core das ist massiv ein massiver einbruch dafür hat ios 13 den arsch aber wieder über die 6000er linie bekommen hier im multi core index also 6048 zu 5985 aber insgesamt naja naja da können sie ruhig noch ein bisschen ran dass auch da alles richtig optimiert wurde eine sache hätte ich fast vergessen freunde einige von euch schreiben mir auch immer wenn sie irgendwelche bugs finden oder probleme oder wo es nicht rund läuft und wollen dann von mir wissen ob das in der neuesten beta auch dann quasi aussortiert wurde und waren enttäuscht dass ich hier nichts zu gesagt habe das liegt nicht daran dass ich das nicht machen will oder dass ich nicht auf eure kommentare höre sondern dass ich einfach manche fehler hier nicht nachvollziehen kann oder nicht replizieren kann und dann kann ich dann natürlich auch nichts zu sagen das ist manchmal von gerät zu gerät so unterschiedlich zum beispiel hier was war das noch gewesen in der musik app hatte jemand das problem dass sie bei den playlisten immer die cover irgendwie vertauscht und verdreht angezeigt wurden dass das nicht gepasst hat mit den covern das problem konnte ich hier bei mir nicht feststellen freunde auch das problem dass hier bei der mail app das ganze beim aktualisieren nicht geklappt hat konnte ich bei mir eben auch nicht feststellen also ich will nur mal sagen freunde ich ignoriere euch nicht und wenn ich hier was zu sagen kann sage ich das auch gerne aber manche sachen habe ich einfach nicht manche probleme habe ich einfach nicht ich habe auch unterschiedliche probleme auf dem iphone schon gehabt wie meine freundin jetzt mit ihrem die hatte irgendwelche bugs die ich nicht hatte und umgekehrt und naja wollte ich nur mal kurz sagen kommentiert gerne weiter ich freue mich immer wenn ich feedback bekomme oder auch hinweise wo es hier noch hängen könnte was ich mir mal anschauen kann aber wenn ich dazu nichts sage dann nicht böse gemeint ich finde es dann einfach nicht und kann es nicht nachvollziehen ja so freunde und mehr kann ich euch nicht mehr sagen mehr steckt hier nicht drin wir können allerdings wenn wir mal kurz überlegen wenn man überlegen wann könnte denn die version hier auf den markt kommen für alle also als offizielles update und da wir ja schon jetzt eine ganze weile hier im wöchentlichen zyklus sind heißt ja immer das kommt relativ flott von daher würde ich mal sagen wir könnten es wahrscheinlich so anfang dezember erwarten ich denke nächste woche kommt wahrscheinlich zum 29 noch mal ein kleines beta update und dann ja so in der ersten dezember woche kommt wahrscheinlich 13.3 für alle raus würde ich jetzt mal so tippen freunde was tippt ihr denn schreibt mir unten in die video kommentare ich bin ja auch nicht allwissend und rate hier auch munter rum aber ich denke allein schon von denen von den ganzen neuerungen die jetzt hier kommen oder eben nicht mehr kommen keine großen features oder änderungen das deutet immer darauf hin dass wir ganz nah am release sind auch dass die updates immer kleiner werden und das apple hier auch quasi nichts mehr in die release notes rein schreibt sondern nur änderungen bug fixes improvements und den rest kann man sich zusammensuchen ich habe sogar hier so deutlich gesucht ich wollte ja was finden freunde ich habe hier gedacht ich würde hier bei den icons von den apple airports wenn hier die akku anzeige im kontrollzentrum zu sehen ist oder in der in der bei den widgets ich hätte gedacht da hat sich was geändert aber das hier habe ich jetzt gerade eben bei meinem iphone 10 als screenshot gemacht und so sieht es aus hier auf dem iphone 7 mit der neuen beta also da doch keine änderung so ich verquatsche mich schon wieder ich habe es ja ganz kurz machen wollen unter fünf minuten vielleicht wer weiß wer weiß das wäre es gewesen wir sehen uns beim nächsten mal freunde vielleicht zur beta 4 oder zu ios 13.4 wir warten mal ab also bis dann macht's gut kein klitsch gut gut gut